wir essen trinken jetzt nichts das schmeißen wir da drüben rein eins so du hast hier an die schwelle geklöpft den hochwärts ja da unten haben wir den ersten pilz 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 1 2 3 und ich komme nicht rein 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 die 28 sind zwei bäume fertig wie viel ich das haben wir haben ein eichhörnchen das müssen wir auf jeden fall kaputt machen bei den raupen weiß ich es wie gesagt unten nicht ich hätte die patch details lesen stehen geblieben der ist nicht fertig einzunehmen dass die hier drüben sind genau 1 2 3 4 das ist schön ich kann hier nicht mal nach sitzen ich habe nicht genügend platz das ist das nächste genau den können wir jetzt noch weg hocken Tomaten jetzt müssen wir erstmal wieder auskippen so wo kippt man was hin wir haben oh ich sehe gerade wir haben sehr gut gekocht das kommt da hin bohnen saum mit bohnen muss man gleich mal saum draus machen bio bio kann man raus bringen die äste muss man weg legen warte mal in die hand verkochen das brauchen wir dringend aufräumen das da rüber äste weg machen wir endlich mal wieder ein paar das weg das da vor das bringen wir zum feuer das behalten wir das wird irgendwann mal fertig demnächst ähm was wollte ich denn jetzt machen wir brauchen bio zurücks ja das wollte ich doch raus bringen ich höre mal drinnen damit ich dann pop pop ne hier so rum 1 2 3 4 wir wollten Aloe Vera noch holen jetzt haben wir hier die Samen natürlich da ist es das wir können hier oben nochmal oh muss mir zeige hmhmhmhm ja wir müssen pennen sachts und holt sich erstmal hier das zurück ne und hmhmhm jawoll Tymion Das liegt immer so leicht nicht rum Doch hier Jetzt aber nicht wie rein Weg sortieren und schlafen Oh die Brauchen wir dann Ich brauche keine Estet Gibt es denn hier unten keine Estet mehr? Ach Quatsch Das sind die Dinger Ich habe es noch nicht gesehen Doch hier Das sind doch die Estet Jawoll Das sind sie Unten wo oben Ich habe nur noch eins Geht gleich los mit Damage Sieht aus Jetzt wäre mein Hauer wieder gewachsen Müssen die Genfehler Jawoll Die Genfehler sind schuld Nicht ich Das muss alles raus Können wir hier noch reinschmeißen? Ich falle um Wenn ich jetzt arbeite Du sollst es doch nur einsetzen Egoi Dann lassen wir das Drin Noch kriegt er kein Damage Aulo Ivera Das weg Das weg Das behalten wir zum Kochen So Ja Ist ja gut Kriegt schon Damage Oh und wir sehen uns dann in der nächsten Runde Das muss jetzt erstmal reichen Da kommen wir schlafen noch fertig Bestücken dann hier den Ofen Und dann Genau Komm Komm raus Komm raus Komm raus Hör auf zu schlafen Ja genau Und essen Und essen Und da sieht die Welt doch schon viel besser aus Dann haben wir das Trinkeln Schmeißen das gleich an Jawoll Schmeißen das alles rein Das lasse ich jetzt auch nur drin Damit ich mir dann merke Wenn ich sie reinschmeiße Dann habe ich es vergessen Dann lasse ich es So Dann schauen wir nochmal den aus Wir haben die Speicher Trinken das alles Naja fast Das kommt hier hin Das Können wir mal hier hinpacken Zum Essen Und hier können wir jetzt auch mal weiter verkochen Schön 19 19 Tage Das ist ja gar Richtig Zeit zum Kochen Fetzt 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 So aber das ist Wie gesagt gewesen sein Ich bedanke mich fürs Reinschauen Und so weiter Wenn es dir gefallen hat Däumchen wären Träumchen genau Und Abonnieren nicht vergessen Dankeschön So weiter geht's Und ich weiß nicht mehr Wo wir gewesen sind 7 Uhr in der Früh Wir basteln hier gerade Irgendetwas Was basteln wir? Was liegt denn hier drin? Kochen? Nein Nicht mit Ich sehe gar nicht wo es gebaut wird Hauptsache es wird was gebaut Okay Ja Gemerkt Beziehungsweise aufgeschrieben Habe ich mir Ich wollte Äste machen Mit der Suche Hier unten irgendwo Damit wir dann weitermachen können Mit Biozeugs Irgendwas Oder Naja das sind Keine Was? Ach hier Das 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 Genau Die blauen Pilze Brauchen wir dann auch noch Bop Bop Wieso so viel? Achso es ist ja noch hier Die Anfangssäche Jawohl Nicht da unten Rein von Schwachkopf Achso Den hast du gar nicht mitgetroffen Ach man So Nimm mal die 1 in die Hand Ich sehe hier gerade Und Rechte Maustaste hier Ich wacke So Da haben wir wieder mit zu futtern Und Nein Nicht Hab Wie war das? Bäh Jawohl Und Help Wir haben 24 2 12 20 24 Wir haben keiner ausgewackert Okay Auch da Keine wilden Tiere Weiter Was wir jetzt gucken können Ist dass wir Wenn sie hier ein bisschen Biomaterial rein kriegen Ohne Wenn es geht Zu verrücken Mit da 2 2 3 4 Ja Es scheint Nein Immer noch nicht mit Top Mit B Scheint ja wenigstens So ein bisschen Was zu geben Essen Kriegen wir die 75 Rein Nein Kriegen wir nicht Da haben wir noch ein bisschen Zeit Trinken Haben wir auch noch ein bisschen Zeit Das haben wir gekriegt Ich bin so ein bisschen Von der Rolle Wie man Merkt Wieso komme ich hier nicht hoch Bäumling ist dort Dort Machen wir so rum War kein Sander Ja 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 Guck mal Ne Hier haben wir noch mal 2 Oder Schön Kriegen wir hier Jawohl 1 4 Dann war noch ein Würmchen Bist du schon ausgewachsen? Nee Kann nicht sein Dann hätten wir es ja hier sehen Und warum würde ich Bio Was da ja machen Haben wir überhaupt noch welches da? Nee Gar nicht Oh Wir haben sogar Samen da Das heißt Wir müssen hier wirklich ein bisschen mehr Hacken Ja Das ist nur am Anfang so Uneffizient Wenn die Bäume später mehr werden Und größer werden Dann Habeln wir Dementsprechend auch mehr Äste Das hat man doch früher erwesend Wesentlich besser gesehen Hier der Unterschied zwischen Äste Und hier Guck Das war doch früher alles mal Äste Na ja Ja auf die Ningeln Ja ich sag gut ist ja gut Hast ja recht Ich bin ja schon fast leise Aber auch nur fast Ach komm hier Nimm auch die Einzelnen mit Wir brauchen sie Nein Immer noch nicht mit Das schwache Wie viel haben wir denn? 38 38 Äste Das ist nicht viel Da war wohl noch ein Würmling dabei Mit Würmling meine ich hier Wurm Genau Ist das auch? Ja Das sind auch Äste So jetzt aufs grobe entdecke ich Da gehe ich nicht ran Das ist mir zu nah dran Tsunami Gib her So Datei zu reichen Und wie hässlich schon Da waren wir dran Da waren wir auch dran Gut Nicht dass ich hier nur was vergesse Wäre nichts Neues Das ist ein Haube Aber die sind voll Die sehen gar nicht voll aus Ja Hab ich Schön gepflegt Hier machen wir mal einen Nein Ach Mann Ich will mal noch damit reingucken Ja Es wird nicht besser heute Den Spieß haben wir gebraten Die können wir stacken Können wir noch einen Spieß braten Die packe ich wieder rein Einfach nur Damit ich die hier drin liegen habe Und die im Inventar Kennst du mich auch Ich muss hier zwangsweise aufräumen Das betritt nichts mehr mit Top und nicht Top Würmlinge Da rein Die Haut Hat man die hier oben Jawohl Da haben wir schon Fast den Rucksack zusammen Was haben wir noch Wohl zu essen Die ist Aber wir haben es um neun Und ich weiß nicht Was ich machen soll Äh Nö Nö So mal Hatten wir nicht mal Wesentlich Jetzt muss ich alle Kisten durchgucken Wir hatten doch wesentlich mehr Äh Getreide und sowas Äh Getreide Ja Baunensamen Wo bin ich denn die ganzen Samen hingepackt Hier Aber das ist doch auch alles durcheinander Was hat man hier drin Ich brauche eine Essenskiste Wo nur Fressen drin ist Ja das ist eigentlich die Kiste hier Die Samen müssen hier raus Wie war'n das Shift Jawohl Den Leuchtekäfer Wieso hab ich den Leuchtekäfer hier drin Ich weiß es nicht mehr